Herzlich Willkommen auf der Dallara Rallye. Hast du irgendwelche Fragen, Luis? Ja, erstmal, was ist denn das Auto für die Rallye überhaupt? Also, Dallara Stradale Baggetta. Komplett ohne alles voll Carbon. Sau geil. Und wo ist das ganze Gepäck? Dafür haben wir ein Luggage-Auto gekauft. Ach, im Luggage? Ja, ja. Dallara Stradale EXP D50. Einzelstück. Gibt es nur einmal mit EXP. Das ist übrigens auch ein Einzelstück. Aber das Gepäck muss ja auch sicher reisen. Guck mal. Das wurde schön vorsichtig auf das gute gelbe Leder gelegt. Verstehe. Aber macht Sinn. Oder? Das ist ein gutes Luggage-Car, ja. Gut, ich geh mal zu meinem Polo. Wir sehen uns später.